Irgendwie distanzieren wir uns immer wieder vom Dharma. Es ist, als würden wir die Lehren für bloße Philosophie oder für einen Crashkurs in Selbstverbesserung halten. Gleichgültig, wie oft man uns auffordert, sie zu unseren Emotionen in Bezug zu setzen, sobald wir stecken bleiben, scheinen wir immer vergessen zu haben, dass wir sie tatsächlich anwenden müssen. Wenn wir sauer auf jemanden sind oder uns das Herz bricht, wenn wir auf Revanche aus sind oder an Selbstmord denken, immer also wenn es wirklich ernst wird, scheinen wir nicht allzu viel Vertrauen in die Wirksamkeit der buddhistischen Lehren oder unserer Meditation zu setzen. Scheinbar werden sie der unmittelbaren Realität der Situation nicht ganz gerecht. Viele Menschen sagen, Meditation sei nicht genug. Nach ihrer Meinung brauchen wir Therapien und Selbsthilfegruppen, um mit unseren am tiefsten verwurzelten Gewohnheitsmustern umgehen zu können. Sie haben das deutliche Gefühl, dass der Dharma nicht tief genug in unsere Verwirrung vordringt. Ich rate einem Schüler oder einer Schülerin häufig eine Therapie zu machen. Ich halte sie für ein angemessenes Mittel und für einige Menschen für äußerst hilfreich. Vielen von uns geht es so, dass die Arbeit mit einem vorurteilslosen Therapeuten uns die Möglichkeit eröffnet, unsere Ängste zu überwinden und schließlich liebevolle Güte uns selbst gegenüber zu entwickeln. Andererseits ist mir auch bewusst, dass der Dharma nicht nur viel revolutionärer ist als jede Therapie, sondern dass er für viele von uns auch die Hilfsmittel und die Unterstützung bereithält, die wir brauchen, um unsere eigene Schönheit zu entdecken, unsere eigene Einsicht, unsere eigene Fähigkeit, mit Neurosen und Schmerz umzugehen. Einer der Tricks scheint darin zu bestehen, genug Vertrauen in den Dharma zu haben, um ihn direkt in unsere Albträume zu holen. Nicht als unnütze Theorie, die uns von unserem Problem entfremdet, oder als Anforderung, der wir gerecht werden müssten, sondern als gute Nahrung, als Medizin ohne Nebenwirkungen, die immer und überall anwendbar ist. Der Schlüssel ist eine Veränderung unserer Gewohnheiten, besonders der geistigen. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich zweifelsfrei verstand, dass wir uns unsere Situation selbst schaffen. Und zwar durch die Art und Weise, wie wir unseren Geist benutzen, wie wir unsere Reaktionen auf das Leben stets in denselben alten, staubigen, ganz und gar vorhersagbaren Gewohnheitsmustern halten. Es ging um Geld. Und zwar das Geld ausgegangen. Ich fing an, mich zu verkrampfen. Ich hatte das Gefühl, ein riesiges Gewicht zu tragen. Ich geriet in Panik. Ich musste einen Ausweg finden. Bevor ich nicht einen Ausweg aus der Misere gefunden hätte, würde ich mich nicht entspannen können. Ich konnte das Sonnenlicht auf dem Meer nicht mehr genießen und mich auch nicht über den Adler freuen, der auf dem Baum vor meinem Fenster saß. Die ganze Angelegenheit kam mir gespenstisch vertraut vor. Ich hatte keine Ahnung, warum ich es jetzt als dramatischer Begriff als jemals zuvor. Vielleicht lag es an meinen jahrelangen Bemühungen, meine Erfahrungen so aufrichtig und kritiklos wie nur möglich zu beobachten. Vielleicht war es das Ergebnis meines langen Meditationstrainings, in dem ich immer wieder beobachtet hatte, wann ich abhob und dann sofort wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen versuchte. Wie auch immer, an jenem Tag begriff ich. Inmitten eines total gewohnten Geisteszustandes sah ich, was ich tat. Ich sah nicht nur, was ich tat, ich hielt auch inne. Ich hielt meinen gewohnten Plan, den Tag zu retten, an. Ich beschloss, nicht rumzurennen, um die Katastrophe aufzuhalten. Ich ließ die Gedanken, nur ich kann uns retten, kommen und wieder gehen. Ich beschloss, zu beobachten, was ohne meine Einmischung geschehen würde, selbst auf die Gefahr hin, dass alles den Bach runtergehen würde. Manchmal muss man eben alles den Bach runtergehen lassen. Aufzuhören zu handeln war der erste Schritt und gleichzeitig der schwierigste. Nicht zu versuchen, den Tag zu retten, ging gegen den Strich meiner Gewohnheit. Ich hatte das Gefühl, ständig ein gigantisches Rad mit einer gewaltigen Schwungkraft gewohnheitsmäßigen Handelns in Gang gehalten zu haben. Darum genau geht es im Dharma. Alle unsere Gewohnheiten auf den Kopf zu stellen, den Prozess umzudrehen, mit dem wir ständig alles verfestigen, den Kreislauf von Samsara umzukehren. Doch bevor das geschehen kann, müssen wir uns erst einmal dabei erwischen, wenn wir wieder in alte Gewohnheitsmuster verfallen. Meistens glauben wir, es gäbe ein großes Problem und wir müssten es lösen. Die Anweisung lautet, alte Inne. Tu etwas ganz und gar Ungewohntes. Reagiere anders, statt sofort wieder in dieselbe alte Richtung zu rennen und dieselben alten Tricks anzuwenden. In den buddhistischen Lehren gibt es viele Anweisungen für das Umkehren der Wirklichkeit. Man begegnet Instruktionen wie Meditiere auf alles, was Abneigung hervorruft. Oder Begib dich ins Zentrum der unangenehmen Punkte. Als Trungpa Rinpoche noch in Tibet war, bildete ihn sein Lehrer Kenpo Gangsha in diesem Sinne aus. Er nannte es Anleitung zur nicht-dualen Natur der Wirklichkeit. Als wir Rinpoche einmal fragten, was denn aus Kenpo Gangsha geworden sei, als sie aus Tibet flohen, antwortete er, er sei sich nicht ganz sicher, habe aber gehört, dass, als alle sich auf die Flucht nach Indien gemacht hätten, Kenpo Gangsha in Richtung China aufgebrochen sei. Diese Anleitung können auch wir in unserem Leben anwenden und sie kann revolutionäre Veränderungen in der Art und Weise herbeiführen, wie wir die Dinge wahrnehmen. Mein erster Schritt bestand in der Entscheidung, meine gewohnheitsmäßige Schwungkraft nicht auszuagieren. Es war ein Test, eine Überprüfung der buddhistischen Lehre, die sagt, dass wir unsere eigene Wirklichkeit schaffen, dass das, was wir wahrnehmen, unsere eigene Projektion ist. Alles in mir schrie danach, auf die gewohnte Weise zu handeln. Aber ich dachte an die Lehren, die besagen, dass die Welt sich so lange in Form freundlicher Göttinnen und bösartiger Dämonen präsentiert, solange wir am Konzept von Gut und Böse festhalten. Ich wollte herausfinden, ob das stimmt oder nicht. Ich konnte experimentieren, ohne rigide oder streng zu werden, weil ich in jahrelangem Training geübt hatte, mich mit all meinen Gedanken und Emotionen anzufreunden. Ohne grenzenlose Freundlichkeit uns selbst gegenüber ist es unmöglich, Fortschritte auf dem Pfad zu machen. Wenn wir regelmäßig meditieren und die Lehren hören, erinnern wir uns leichter, dass es uns darum geht, mit Güte zu entwickeln. Als ich einmal in Austin, Texas, lehrte, kam nach dem Wochenende ein Mann zu mir, um mir zu sagen, wie sehr er die Anweisung schätzte, auf den Ton zu achten, indem wir unsere Gedanken als Denken bezeichnen, und wenn wir ihn streng finden, es noch einmal diesmal sanfter zu sagen. Ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, sagte er. Jedes Mal, wenn meine Gedanken jetzt abschweifen, sage ich zu mir, denken, alter Freund. Aber selbst nach vielen Jahren üben viele von uns immer noch mit Strenge. Wir üben mit Schuldgefühlen, als würden wir exkommuniziert, wenn wir es nicht richtig machen. Wir üben, weil wir uns sonst schämen würden und haben Angst, dass jemand herausfindet, was für ein schlechter Meditierer wir in Wirklichkeit sind. Ein alter Witz sagt, ein Buddhist ist jemand, der entweder meditiert oder Schuldgefühle hat, dass er nicht meditiert. Diese Art der Übung hat mit Freude wenig zu tun. Die vielleicht wichtigste Anweisung lautet, fröhlicher zu werden und sich zu entspannen. Es ist eine gewaltige Hilfe in der Arbeit mit unserem verrückten und verdrehten Geist, wenn wir uns daran erinnern, dass es darum geht, eine Sanftheit zu entdecken, die wir bereits in uns haben. Diese Sanftheit lassen wir sich einfach ausbreiten und die scharfen Kanten unserer kritischen Selbstvorwürfe aufweichen. Vielen von uns fällt es wesentlich leichter, andere so zu akzeptieren, wie sie sind, als uns selbst anzunehmen. Wir haben den Eindruck, Mitgefühl sei für andere reserviert und kommen nie auf die Idee, Mitgefühl mit uns selbst zu empfinden. Meine Erfahrung sagt mir, dass allmählich unsere Wachheit und unser Vertrauen zum Vorschein kommen, wenn wir ohne man sollte üben. Ohne eine spezielle Absicht zu verfolgen, außer aufrichtig und sanft sein zu wollen, übernehmen wir allmählich die Verantwortung für unser Hiersein in dieser unberechenbaren Welt, in diesem einzigartigen Augenblick, in diesem kostbaren menschlichen Körper. Schließlich kam ich zu dem Augenblick, an dem ich bereit war, die gewohnheitsmäßige Schwungkraft meines Geistes zu verlangsamen und aufzuhören, weiter so berechenbar zu sein. Ich fing damit an, nicht mehr auf vertraute Art und Weise zu handeln. Es war schwer. Ich hatte ein gewaltiges Verlangen, das Problem zu lösen. Trungpa Rinpoche nennt diesen Drang Nostalgie für Samsara. Aber meine Neugier auf die Lehren war stärker geworden, als die Sehnsucht, weiterzumachen wie gewohnt. So betrat ich das Niemandsland. Ich fühlte mich unsicher. Es war real keine abgehobene Theorie. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie es weitergehen würde, aber alles war besser, als wieder auf dieselbe eingefahrene Weise zu reagieren. Jede Handlung zählt, ebenso jeder Gedanke und jede Emotion. Das ist der ganze Pfad, den wir haben. Nur hier können wir die Lehren anwenden. Hier erst verstehen wir, warum wir meditieren. Wir sind nur eine kurze Weile hier. Selbst wenn wir 108 Jahre alt werden sollten, ist das Leben noch zu kurz, um Zeuge aller seiner Wunder zu werden. Alles, was wir denken, sagen und tun, ist der Dharma. Sind wir wenigstens bereit, uns beim Abheben zu erwischen und dabei keine Verlegenheit aufkommen zu lassen? Wünschen wir uns wenigstens, uns irgendwann einmal nicht mehr für problematisch zu halten, sondern für ein ziemlich typisches Exemplar eines menschlichen Wesens, das in jedem Augenblick aufhören könnte, sich so furchtbar ernst zu nehmen und weiter derartig berechenbar zu sein? Nach meiner Erfahrung ist das der Weg, wie unsere Gedanken allmählich zur Ruhe kommen. Wie durch Zauberei scheint es auf einmal viel mehr Raum zum Atmen zu geben, Raum genug zum Tanzen und viel mehr Glück. Der Dharma kann unsere Wunden heilen, unsere uralten Wunden, die nicht aus einer Erbsünde herrühren, sondern aus einem so uralten Missverständnis, dass wir es nicht einmal mehr wahrnehmen. Die Anweisung geht dahin, mitfühlen zu akzeptieren, wo wir stehen und anzufangen, unser Dilemma als Arbeitsgrundlage zu akzeptieren. Wir sind in Gewohnheitsmustern gefangen, die uns zwingen, zu greifen und zu verfestigen, was dazu führt, dass dieselben alten Gedanken und Reaktionen immer und immer wiederkehren. Auf diese Weise projizieren wir unsere Welt. Wenn es uns gelingt, das zu erkennen, selbst wenn es nur eine Sekunde alle drei Wochen ist, dann finden wir ganz natürlich auch Geschmack daran, diesen Prozess der Erstarrung umzudrehen. Die klaustrophobische Welt, wie wir sie kennen, anzuhalten, unser jahrhundertealtes Gepäck abzuwerfen und uns im neues Territorium aufzumachen. Wenn Sie fragen, wie in aller Welt Sie das denn jemals hinkriegen sollen, dann ist die Antwort ganz einfach. Nehmen Sie den Dharma persönlich. Ergründen Sie ihn mit Ihrem ganzen Herzen und entspannen Sie sich. Ergründen Sie ihn mit Ihrem ganzen Herzen